Beobachtung 236 Eisen und er ist klar die überfahrende macht es wenn ich mich in Vorlöpfe enthalten sein 3 beschränkt lege ich ja ich komme ich komme Warte kurz ich habe nur das Ding los dann voll abbauen müssen Ja, Juli, ich soll's mal wieder Jump'n'Runs üben. Mann, 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 Mann. Immerhin, dann ohne mich. Mit Heiko vielleicht. Ja, ich bin jetzt fertig mit dem. Mit Heiko, na, ich bin's doch nicht vergessen. Okay, Heiko hat zugestimmt, hab ich gerade gehört. Ja, ich auch. Keine Ahnung, wenn wir zu Wasser wollen. Viel Spaß, Heiko. Leute, von wo kam ich denn? Du musst Juliassen lernen. Wieso denn? Hm, ich weiß nicht. Patti will schon doch nicht mitmachen, oder? Nein. Vielleicht kommt noch an, wenn ich hier bin. Ja, ich kann schon mal, oder Jump'n'Runs üben, okay. Jetzt ist klar, wenn ich ein Redstone abbau, explodieren alle anderen, oder was? Ja, klar. Warte, dein Mutti stinkt auch hart nach Magie. Er will eigentlich einfach raus. Ey, das ist nicht lustig. Doch, was ist das? Ah, ich hab's Portal. Huh! Ich hab ein bisschen was mit nach Hause gebracht, Patti. Bist du jetzt schon unterwegs, oder? Nein. Okay, bin da. JOL! Du bist ja ein Arschloch. Und weiß, wo ich bin? Wo? Mitten in der Höhle. Hat er denn gemacht? Er hat's nicht, der Portal ausgemacht, er hat's neu spawnt. Das ist noch an. Ich hab TNT davor gesetzt. LOL. Patti, hast du schon bei... Hast Glück, sind nur 160 Meter bis nach Hause. Aber das Portal war echt frei. Ich hab nur davor das TNT gesetzt. Gezündet, oder was? Nein. Warte, ich sag's dir gleich, wenn du zu Hause bist. Ja, wenn... Ach, leck mich doch! Ich bin hier jetzt irgendwo und seh nix. Alter, wir sind schadenfroh, Alter. Minimal. Ich seh hier einfach nichts. Mal wie viel ausleuchten hier. Man, wie viel ausleuchten hier. Das ist so. Betti, Detti, 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 Detti. Was? Detti, Detti, Detti. Da, ich sage, ich sage, ich sage, ich sage, ich habe für dich gerade Eisen. So schön. als Entschädigung an er hat er er hat die und der Bewerblichkehren Prozent gehört das ist ja so eine elektrische Ticket geknickt worden Prozent mit dem Schweinbruch von Einrichtung da kann ich kann ich noch nehmen normale Rohstoffflur hinterher machen nicht gelten die Deine Gäste Prozent hast gut nachgedacht Prozent m Stauwoller ich bin die ruhe fängt wieder an das minimal aber aber ich will den ruby da noch wir brauchen nicht unbedingt ein dritter mann stärkt uns kommt total und der server leckt oh mein gott tut er das ja techy braucht halt unglaublich viel arbeitsspeicher die laueste schweiß trägt aber schweiß auf der cpu cpu nach cpu muss nie gucken der arbeitsspeicher ist auch noch was frei nein 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 oh gott oh gott oh gott nein da unten ist wasser da unten ist wasser und nicht wasser und ich habe aufgehört weil der zwei herzen wie lange man bei Lava brennt ich ja unglaublich nötig noch mal das ist die normale Höhle spannender als die nächste nicht so der nieder jetzt haben wir kein monster sonst was ist man ich sollte ich meine komplette spitze geauft brauchen ich muss ja noch nach oben ach komm das reicht ich baue mich mal nach oben ich habe nichts mehr ich habe nichts zum hochbauen also doch warte wenn ich hier über mir abbaue habe ich ersteige die hier dann mal 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 Prozent Prozent und die Ausländer 9 und erhältst du ein 50 um ich komme aber da am Schneebiom raus ich habe jetzt schon Erde, also ich bin gleich oben ja, ich bin oben, es ist dunkel okay, die Gegend kenne ich ja gar nicht ach lol, da hinten ist schon unser Haus, ist ja geil ist es nicht normal, dass es eigentlich ist doch normal, dass das Portal dann über 2000 Blöcke wegspawn, oder? nein, immer so habe ich halt einmal gesehen, wo die bei Pete Smith getrollt haben, da mussten die glaubt 5000 Blöcke oder so laufen das ist nicht immer so ja, das so dicht ist, ist ja eigentlich auch mir, ich bin auch schon auf die Menschen neben einem Kontrollungsbohrn ffff nicht so sorry und jetzt komme ich mal von vorne, wie das aussieht mit der Terrasse da oh, mehr Terrasse ich habe ja da über den Berg rausgebaut, weil ich wegen der Baumfarm ja, stimmt kann man lassen, wenn man da von unten kommt und die Bäume so sieht hallo, ich bin ich bin gleich da, Pet, ich bin schon auf dem Weg nach oben, müsste ich mich eigentlich schon sehen ne mein Name ne ich komme hinten von der Baumfarm ja ja man 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 jetzt immer noch nicht ne doch, ganz bestimmt nein ach lol so komm rein her was, wieso schwebt das 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 steht da wenn du hier rein kommst steckst du